Hallo, ich bin Christian. Schön, dass ihr wieder bei mir seid. Was gibt es heute leckeres? Es gibt ein Sandwich Braten, ein Sandwich Cordon Bleu Blaten. Wie ich das gemacht habe, zeige ich euch gleich. Kommt mit, ich zeige es euch. Für unseren Cordon Bleu Sandwich Braten brauchen wir natürlich erstmal ein schönes Stück Fleisch. Das ist 2,8-2,7 Kilo Porco Italia Rücken. Ihr könnt natürlich auch jeden anderen Rücken nehmen, das bleibt euch überlassen. Wir brauchen 500 Gramm gekochten Schinken. Ob wir alles brauchen, werden wir hinterher sehen. Das gleiche, 400 Gramm Cheddar Käse, zwei Gemüse Zwiebeln, wir brauchen einen mittelscharfen Senf, ein gutes Öl, wir brauchen 6-7 Tomaten, zwei Gemüse Zwiebeln und 4-5 Tomaten Zweige. Bisschen Salz und Pfeffer, mehr brauchen wir schon gar nicht. Los geht's. So, wir nehmen uns unser Fleisch vor. Der erste Schnitt sollte nicht durchgehen, weil da packen wir nämlich hinter der Käse und den Schinken rein. So in etwa. Und der zweite geht dann ganz durch. Dann nehmen wir das Stück Fleisch. Klappen das aus. Dann klopfen wir das Ganze ein bisschen platt. Ich habe nichts anderes als einen Topf hier. Das reicht aber. So in etwa. Das reicht schon. Das packen wir dann zur Seite und mit dem Rest des Fleisches machen wir das gleiche. So, wir nehmen uns eine Scheibe. Da kommt ein bisschen Pfeffer drüber. Dann nehmen wir uns den Senf, den mittelscharfen. Ein bisschen drauf. Gut verteilen. So, dass es überall ein bisschen hinkommt. Dann nehmen wir uns eine Scheibe Cheddar-Käse. Brechen die einmal in der Mitte durch, damit es besser passt. Und nehmen die Scheibe gekochten Schinken. Einmal falten, rein und das Ganze zusammenklappen. So soll es dann aussehen. Und mit dem Rest, na, das backen wir noch ein bisschen rein. Klappen wir einmal um. So, damit sind ja nicht verbrennt. So soll es dann aussehen. Das machen wir mit dem Rest jetzt drauf. Und wieder kommt unsere K8 zum Einsatz. Die Form bietet sich förmlich an dazu. Da kommt ein bisschen gutes Olivenöl rein. So, das Ganze verteilen wir dann ein bisschen mit dem Pinsel, damit auch überall was hinkommt und nichts anbrennt. Auch an den Rändern oder an den Seiten vielmehr. Damit es ganz einfacher wird, stellen wir erst den Hochkant. Nehmen wir das Fleisch. Das wir vorbereitet haben. Und schichten das schön hier unten ein. Eine Lage Fleisch. Und ein paar Zwiebeln. Dann wieder eine Lage Fleisch. Und ein paar Zwiebeln. Das machen wir jetzt bis wo oben angekommen sind. So, oben schön rein quetschen. Damit es fest wird. Dann lassen wir sehen, dass wir den Rest auch noch irgendwie unterkriegen. Aber ich glaube das kriegen wir hin. Denn groß genug ist die K8. Dann nehmen wir das Ganze ein bisschen auf die Seite. So, immer ein paar Zwiebeln verteilen. Und der Rest kommt hier rein. Passt doch. Cool. So sieht es dann aus. Schön festdrücken. Und so geht es jetzt auf den Gaskrein. So, unsere Form. Unser K8 kommt jetzt in den mittleren Bereich. Links und rechts in die Brenner an. Wir lassen das Ganze bei ungefähr 160 Grad zwei Stunden rauf. Wobei nach einer Stunde werde ich das Ganze dann abdecken mit dem Deckel. Und dann sehen wir es wieder. Jetzt fehlt nur noch unsere Beilage. Nehmen unsere Tomaten. Schalten wir ihn schneiden. So, diesen Strunk, den will ich nicht haben. Der ist auch nicht gesund. Den schneiden wir raus. Dann schichten wir das Ganze in unsere K4. Die habe ich gerade genommen, weil sie halt da stand. Können natürlich genauso gut die in einem anderen Datschofen nehmen. So. Dann nehmen wir ein paar Zwiebeln drüber. Ein bisschen Salz. Ein bisschen Pfeffer. Jetzt haben wir den Rosmarin. Machen die Nadeln ab. Und ich kann euch sagen, frische Kräuter, das riecht, das ist der Hammer. Und hacken das Ganze relativ klein. So sollte es eigentlich schon reichen. Dann vom Rosmarin ein bisschen über die Tomate. Und wir schneiden die nächste auf. Auch wieder hinein damit. Und wieder ein bisschen was an Zwiebeln oben drauf. So. Ein bisschen Salz. So, das wiederholt sich jetzt. Bis ich oben angekommen bin. Zum Schluss noch ein gutes Olivenöl drüber. Und so wie es jetzt ist, geht es, wenn eine Stunde rum ist draußen, für die letzte Stunde mit auf den Grill. Bis dann in den letzten 30 Minuten. Ne besser 30 Minuten. So knapp eine Stunde ist rum. Wie sieht es aus? So sieht es aus. Bisschen viel Flüssigkeit drin. Ich denke mal, ich werde nicht den Deckel nehmen, weil der Deckel ist zu dicht. Da geht die Flüssigkeit nicht verloren. Ich decke das Ganze mit Alufolie ab. Damit es nicht verbrennt. Aber es kommt noch genug Feuchtigkeit runter weg. Und in einer knappen weiteren Stunde sehen wir uns wieder. Gute anderthalb Stunde drum. Mal schauen, wie es aussieht. Das Ganze schieben wir jetzt ein bisschen zurück. Und davor kommen unsere Tomaten. Die lassen wir jetzt eine halbe Stunde mit warm werden. Grillen, sozusagen. Wenn das denn zugeht. Das klappt nicht. Schade. Das muss man dann anders organisieren. Ganz immer noch schwer. Und dann passt's. Pack. 3 Stunden sind rum. Unsere Tomaten sind fertig. Das riecht richtig, richtig gut. Unser Sandwichbraten ist auch fertig. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es schmeckt. Und dann sehen wir uns gleich zum Fazit wieder. Fazit. Wie immer, was soll ich sagen. Ich habe den Braten ungefähr 3 Stunden auf dem Grill gelassen. Auf dem Gasgrill gelassen. War ungefähr 170-180 Grad. Es war ein bisschen zu lang. Eine Stunde weniger hätte es locker auch getan. Dann wäre er nicht so trocken geworden. Geschmeckt hat er trotzdem, muss ich sagen. Die Aromen von dem Cheddar mit dem Gewürzen zusammen war schon nicht schlecht. Vor allen Dingen mit dem warmen Tomatensalat. War das eine richtig runde Sache. Aber eine Stunde weniger wäre er deutlich saftiger geworden. Es ist so, wie es ist. Zurückdrehen kann ich es nicht. Macht aber auch nichts. Beim nächsten Mal bin ich schlauer. Wenn euch das Video gefallen hat. Gebt mir einen Daumen nach oben. Nachzumachen lohnt sich das Rezept allemal. Nur halt eine Stunde weniger. Nicht 3 Stunden, sondern 2 Stunden. Bei der Gewichtsmenge und bei dem Grad. Gebt mir einen Daumen nach oben. Würde ich mich freuen. Kommentar auch allemal. Aber bitte nicht unter der Gürtellinie. Denn die lösche ich sofort. Das mag ich überhaupt nicht. In dem Sinne, euer Christian. Glück auf. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.